Ja, wir sind hier im Kombinat 01 und ich führe euch gerade durch die Räume und erkläre ein bisschen, was man hier machen kann. Hier sind wir gerade im Kapitol, unser großer Veranstaltungs- und Seminar- und Meetingraum. Hier kann jederzeit alles umgeräumt werden. Wir haben flexible Räume. Hier hat letztens eine Besprechung stattgefunden. Darum sieht es noch so aus, wie es aussieht. Wir können hier Kino schauen, Präsentationen anschauen. Hier finden unsere Startup-Live-Veranstaltungen statt. Hier drüben sieht man Janik schon beim Relaxen. Ruhezone ist auch dabei. Im Hintergrund seht ihr unsere Küche, voll ausgestattet. Dankeschön, ein Vintage-Werft. Genau, unser Hund Max, vielleicht ist er auch im Bild. Genau, unser Workspace-Hund, ganz wichtig zur Entspannung. Genau, wir gehen kurz weiter zum offenen Workspace-Bereich. Hier sitzen unsere Kunden, um zu arbeiten, was gerade stattfindet. Hallo. Wir haben Steh- und Sitz-Arbeitsplätze im ganzen Coworking-Bereich und es wird sehr gern genommen. Wir gehen in den Empfang- und Meetingraum. Oh, wieder gearbeitet. So, ja, hier ist unser Empfangsbereich. Et voilà! Letzte Woche hat hier eine große Veranstaltung stattgefunden mit Catering und Abendveranstaltungen finden hier statt. Ja, das ist unser Ankunftsort. Ankunftsort, Willkommensort im Jena-Westbahnhof. Herzlich willkommen, schaut vorbei! Ja, das sind unsere Mitagenturen-Dieter. Ja, das sind unsere Mitagenturen, sie könnt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ja, ganz schön. Vielen Dank.